In Dhaka, in der Hauptstadt von Bangladesch, sind bei einer Schießerei mit Geiselnahme mindestens zwei Menschen getötet worden und weitere wurden verletzt. Bis zu neun Angreifer haben ein Restaurant im Diplomatenviertel gestürmt und Personal und Gäste gefangen genommen. Danach kam es zu einem Schusswechsel mit der Polizei. Zwei Polizisten sollen gestorben sein. Die Terrormiliz IS hat sich auch zu diesem Anschlag bekannt.